Bei Let's Dance gab es in 17. Staffeln bereits einige Fälle, in denen die Promis verletzungsbedingt die Show verlassen mussten. Diese Stars waren die Pechvögel der Show. Mark Keller sorgte in der diesjährigen Staffel von Let's Dance schon nach der Kennlernshow für einen Schreckmoment. Der Schauspieler verletzte sich so schwer am Daumen, dass das Innenband angerissen wurde. Eine Operation, die das Aus in der Sendung bedeutet hätte, konnte aber zum Glück vermieden werden. Bleibt zu hoffen, dass es 2024 bei dieser kleineren Verletzung bleibt. Andere Stars hatten da in den vergangenen Jahren nämlich deutlich weniger Glück. Bereits mehrere Kandidat-Innen mussten aufgeben, weil sie aufgrund einer schwereren Verletzung nicht mehr an der Show teilnehmen konnten. Das sind die Pechvögel der letzten Jahre bei Let's Dance. Let's Dance Staffel 1 2006 Heide Simonis In der ersten Staffel der RTL-Erfolgsshow wagte sich mit Heide Simonis Politikerin auf das Tanzparkett. Die frühere Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein hatte es trotz kritischer Stimmen bis in die sechste Runde geschafft, musste dann allerdings aufgeben. Auf ihrer Homepage erklärte die im vergangenen Jahr verstorbene Politikerin, dass sie aufgrund eines Kreislaufzusammenbruchs und dem medialen Druck nicht mehr teilnehmen könne. Zwei Ärzte hatten ihr ebenfalls geraten, die Show abzubrechen. Let's Dance Staffel 2 bis 2010 In Staffel 3 musste sich ein weiterer Promi verletzungsbedingt frühzeitig verlassen. Dabei handelte es sich um die Ex-Frau von Altkanzler Gerhard Schröder, Hillu Schwetje. Beim Training mit Christian Polanz stürzte sie und zog sich eine Prellung an der linken Hand und Haarrisse zu. Kurz vor der Show kamen dann noch Knieprobleme hinzu, das Aus. Es ist ein Drama, die Verletzungen durch den Sturz sind so gravierend, dass ich an der linken Hand einen Gips und am rechten Kniegelenk eine Knieschiene tragen muss. So kann ich nicht tanzen, erklärte die damals 61-Jährige. Let's Dance Staffel 3 2011 Christina Bach Ein Jahr später gab es direkt den nächsten Ausfall. Dieses Mal traf es Schlagerstar Christina Bach, die mit Profitänzer Erich Klan antrat. Schon ab der zweiten Sendung musste die Blondine aufgrund starker Schmerzen Medikamente nehmen, bis sich durch. Dann kam es zum Zusammenbruch beim Training und ihr Arzt ihr schließlich ein Tanzverbot erteilte. Die Diagnose Ein schwerer Bandscheibenvorfall Let's Dance 2018 Staffel 11 Bela Klenze Lange ging es gut. Dann traf es 2018 AWZ-Schauspieler Bela Klenze. Der Soap-Star verletzte sich sogar während der Live-Show. In Sendung 8 sollte er eigentlich mit Oana Nechiti einen Quick-Step zeigen, brach aber schon nach wenigen Sekunden ab. Nach einer kurzen Behandlung trat er noch einmal an und kam auch eine Runde weiter. Doch dann der Schock. Der Darsteller hatte sich einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zugezogen und musste aufgeben. Let's Dance 2018 Staffel 11 Jimmy Blue Ochsenknecht 2018 gab es gleich den doppelten Schock, denn auch Jimmy Blue Ochsenknecht musste aufgeben. Besonders ärgerlich, denn der Schauspieler gehörte zum weiteren Favoritenkreis. Nach fünf Shows war für Jimmy Blue aufgrund eines Ermüdungsbruchs im rechten Mittelfußknochen, Schluss. Ich bin untröstlich, dass die Reise für mich bei Let's Dance vorbei ist, erklärte er danach. Let's Dance 2021 Staffel 14 Ilse de Lange Auch Ilse de Lange war ein Promi, der durch eine Verletzung frühzeitig ausgebremst wurde. Acht Shows tanzte sie sich in die Herzen der Zuschauer. Innen, dann war plötzlich Schluss. In ihrer letzten Show zeigte sie mit Evgeni Vinokurov eine besondere Choreo, bei der nur einer ihrer Füße belastet wurde. Zwar konnte im Fuß kein Bruch festgestellt werden, doch weil die Schmerzen zu groß wurden, gab die Sängerin schließlich freiwillig auf. Let's Dance 2022 Staffel 15 Michelle Die letzte Kandidatin, die gezwungenermaßen das Handtuch werfen musste, war Schlager-Star Michelle. Die Blondine tanzte mit Profi Christian Polanz, bis es nicht mehr ging. Rückenprobleme machten Michelle zu schaffen und zwangen sie zum Abbruch. Auf ärztliche Anordnung durfte sie daraufhin wochenlang keinen Sport machen.